Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Vorsicht bei Flugbuchungen über Condor und Marabu Airlines. Condor verkauft teure Flugtickets und lässt am Ende Flüge von ukrainischer Billigfluggesellschaft durchführen. Es ist mal wieder Urlaubszeit in Deutschland. Viele Familien freuen sich das ganze Jahr auf diesen Tag. Es geht in den wohlverdienten Urlaub. Auch ich von Finanzmarktwelt möchte ein wenig ausspannen und habe mich entschieden nach Gran Canaria zu fliegen. Den Flug habe ich bei angeblich Deutschlands beliebtester Fluggesellschaft Condor gebucht. Man zahlt etwas mehr als bei Ryanair oder anderen Billiganbietern, aber dafür kann man einen guten Service und bequeme Sitze erwarten. Gebucht hatte ich den Flug am 2.7.23 für den 14.7.23 ab Hamburg nach Gran Canaria. Flugnummer MBU 6518. Sechs Tage später, am 8.7.2023, bekam ich dann eine Mail von Condor, in der es hieß Betreff Änderung Flugzeugtyp. Sehr geehrte Damen und Herren, folgende Buchung mussten wir leider ändern. Ursprüngliche Flugdaten MBU 6518, 14. Juli 23, 9.25 Uhr ab Hamburg, 13.35 Uhr an Gran Canaria. Durchgeführt von Nordica. Neue Flugdaten MBU 6518, 14. Juli 23, 9.25 Uhr ab Hamburg, 13.35 Uhr an Gran Canaria. Für den oben genannten Flug wird aus operationellen Gründen ein anderes Flugzeug eingesetzt. Bei der Auswahl der Fluggesellschaften wird auf Qualität und Zuverlässigkeit geachtet. Alle eingesetzten Flugzeuge werden nach europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewartet. Der Flug wird nun durchgeführt von Marabou Airlines. Mit freundlichen Grüßen, Condor Flugdienst GmbH. Marabou Airlines, hm, ich hatte mir keine weiteren Gedanken über diese Fluggesellschaft gemacht und freute mich weiterhin auf meinen Urlaub. Machen wir einen kleinen Sprung. Es ist der Morgen des 14.07.23, 4 Uhr morgens aufstehen und von Schleswig-Holstein auf nach Hamburg zum Flughafen. Abflug am Vorabend noch bei Condor gecheckt, Abflug 9.25 Uhr, alles im grünen Bereich. Im Hamburger Flughafen angekommen, war beim Check-in-Schalter Marabou Airlines eine Abflugzeit von 15.30 Uhr statt 9.25 Uhr angezeigt. Auf Nachfrage bei einem Mitarbeiter des Flughafens Hamburg, denn Mitarbeiter von Marabou gab es nicht, die man fragen konnte, erklärte der etwas belustigt, dass Marabou Airlines seines Wissens nach noch nie pünktlich von Hamburg abgeflogen seien und er fügte hinzu, die machen auch nicht mehr lange. 15.30 Uhr sollte es eigentlich verspätet losgehen, doch es kam keine Info, auch war kein Angestellter von Marabou am Boarding-Schalter zu sehen. Irgendwann tauchte dort dann doch noch ein Mitarbeiter des Hamburger Flughafens auf, mit der Information, dass uns um 15.57 Uhr Busse endlich zum Flugzeug bringen würden. Geschlagene 20 Minuten standen wir dann im Bus vor dem Flugzeug, doch die Türen blieben geschlossen. Selbst der Busfahrer des Hamburger Flughafens war schon sichtlich genervt, als er uns mitteilte, dass es nun doch erst einmal wieder zurück zum Gate gehen würde. Gegen 16.30 Uhr waren wieder alle Passagiere im Flughafen am Boarding-Schalter und warteten, inzwischen sichtlich angefressen, erneut. Ein weiterer Mitarbeiter des Flughafens Hamburg erklärte uns, bevor er den Schalter verließ, dass wir, die Passagiere, gerne das Telefon abnehmen könnten, falls das mal klingeln sollte. Ein Mitarbeiter von Marabou war nämlich weit und breit immer noch nicht zu sehen. Und tatsächlich gab es zwei Anrufe in der Folgezeit und beide Male wurden die dann auch von Passagieren entgegengenommen. Beim ersten Mal war es der Busfahrer, der von einem weiteren Versuch um 17 Uhr berichtete, beim zweiten Mal wohl ein Marabou-Fluggast von außerhalb auf der Suche nach einem Mitarbeiter der Fluglinie. Dem konnte zwar nicht geholfen werden, doch immerhin sorgte diese Aktion dann für Erheiterung bei den Wartenden. Mit knapp neun Stunden Verspätung startete dann schließlich der Flieger um 18.21 Uhr. Ursprünglich geplant war der Abflug für 9.25 Uhr. Und, Überraschung, es war dann doch nicht Marabou-Airland, die uns letztendlich Richtung Gran Canaria beförderte, sondern die Fluggesellschaft SkyUp. Passagiere fühlten sich betrogen. Noch einmal der Reihe nach. Condor, also Condor-Flugdienst GmbH mit Hauptsitz Frankfurt am Main, verkauft Tickets in ihrem Namen und gibt dann den Flug ab an eine Billig-Airland namens Marabou. Marabou Airlines ist eine estnische Fluggesellschaft und eine Schwestergesellschaft der deutschen Condor-Hauptsitz Tallinn-Estland. Eigentümerin der Marabou Airlines ist die Firma Attestor, die übrigens seit Juli 2021 wiederum auch Mehrheitseigner von Condor ist. Marabou selbst verfügt nur über zwei eigene A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen. Allerdings möchte Marabou ca. 20 Ziele bedienen. Das ist mit den beiden Flugzeugen natürlich nicht zu schaffen. Und so bedient sich Marabou mehrerer anderer Fluggesellschaften im Wedleys. Wedleys, so wird die Miete eines Flugzeugs einschließlich Cockpit-Crew, Kabinenpersonal, Wartung und Versicherung von einer anderen Fluggesellschaft genannt. So kann es passieren, dass man einen Flug bei Condor gebucht hat, Condor die Strecke dann an Marabou weitergereicht hat und Marabou schließlich Marabou Airlines wurde erst am 13. Dezember 2022 gegründet. ICRO-Code MBU. Der ICRO-Code, die Abkürzung steht für International Civil Aviation Organization, zeigt die dahinterstehende Fluggesellschaft an. Bei Condor lautet der ICRO-Code CFG. Jetzt wird mir klar, dass es vorher schon geplant war, dass die Marabou Airline den Flug durchführen würde, als ich am 2.7.2023 bei Condor gebucht hatte. Denn da stand schon der ICRO-Code der Fluggesellschaft Marabou. Aber wer kontrolliert als Kunde schon den ICRO-Code? Die Mail, die ich am 08.7. von Condor bekam, dass angeblich ein anderes Flugzeug eingesetzt werden würde, stimmt also nicht so ganz. Ich möchte hier keine Täuschung unterstellen. Für den Kunden aber fühlt es sich schon so an. Marabou Airlines hat momentan in Deutschland mit Abstand den schlechtesten Ruf. Hätte ich den Flug jedoch vor dem Abflugtag abgelehnt, so hätte ich keine Erstattung bekommen. Kaum jemand würde direkt bei dieser Gesellschaft, die selbst nur zwei Flugzeuge besitzt, buchen. Hier nur eine kleine Auswahl von Meldungen, die zeigen, wie desaströs dieses Unternehmen geführt wird. Peinliche Panne bei Airline. Passagierin springt für Crew ein und muss Bordansagen machen, titelt der Münchner Merkur am 9. Juli. Marabou-Subunternehmer lässt Fluggast per Durchsage die Flugstreichung mitteilen, verkündet die Webseite Aviation Direct konsterniert. Und T-Online berichtete schon Mitte Mai, Chaos bei neuer Airline Marabou, weinende Passagiere. Marabou schaut sich einiges bei Condor ab und macht das gleiche wie ihre Schwester. Sie gibt wiederum ihre Flüge, die sie von Condor bekam, an eine noch billigere Airline ab. Geht nicht? Geht doch. Es ist kaum zu fassen, aber Marabou gibt den Flug nach Gran Canaria am 14.07.2023 wiederum an eine ukrainische Fluggesellschaft namens SkyUp Airlines ab mit Sitz in Kiew. Bereichert sich hier Condor über ihre Schwester Marabou an der billigere Airline SkyUp? Schon Anfang März 2022 bat SkyUp Airlines westliche Airlines um Hilfe. So berichtete das österreichische Luftfahrtmagazin Austrian Wings am 16. März. SkyUp Airlines bittet westliche Airlines um Aufträge. 2019 erhielt Condor einen 380 Millionen Euro Überbrückungskredit. Schon damals klagte Ryanair erfolglos gegen diese staatliche Hilfe. Die Fluglinie argumentierte damals unter anderem, dass die Probleme von Condor das Resultat einer willkürlichen Kostenverteilung innerhalb der Gruppe gewesen seien. Mit Subventionen in Höhe von insgesamt rund 525 Millionen Euro sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Condor abgefedert werden. Und jetzt werden Aufträge an Billiganbieter wie an die ukrainische Fluggesellschaft weitergereicht. Sind wir doch mal ehrlich, wer würde heutzutage bei einer Fluggesellschaft einen Flug buchen, dessen Land sich aktuell in einem Krieg befindet? Es geht dabei nicht um Panikmache, aber als Fluggast möchte man schon gerne selber entscheiden, mit welcher Fluggesellschaft man fliegt. Ganz wehrlos ist man als Fluggast aber nicht. Immerhin können Sie im Nachhinein eine Entschädigung einfordern und Ansprüche geltend machen. Im hier aufgeführten Fall zum Beispiel hatte der Flug 8 Stunden und 56 Minuten Verspätung. Grund dafür waren, laut einer Meldung von Marabou, die ein Mitarbeiter des Hamburger Flughafens verlesen hatte, allein operative Gründe. Bitte beachten Sie, Sie haben keinen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung, wenn die Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist. Gemäß den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen C402-07 und C432-07 kann die Ausgleichszahlung um 50% gekürzt werden. Außergewöhnliche Umstände lagen laut der Crew von SkyUp aber nicht vor. Wie hoch diese Ausgleichszahlung ausfällt, ist in der Fluggastrechte-Verordnung genau geregelt. Details dazu können Sie den Links in der Beschreibung zum Video entnehmen. In unserem speziellen Fall beträgt die Flugstrecke von Hamburg nach Gran Canaria laut Flightradar zum Beispiel exakt 3.528 Kilometer. Bei Verspätungen von 4 Stunden oder mehr, bei Flügen mit einer Entfernung von mehr als 3.500 Kilometern innerhalb der EU, ist da eine Summe von 600 Euro angesetzt. Deshalb, sollten Sie betroffen sein, schreiben Sie eine Mail an Marabou Airlines, service at marabou.ee. Setzen Sie sich auch, wenn Sie nicht direkt gebucht haben, mit Ihrem Reiseveranstalter in Verbindung. Ich kann Ihnen aus meiner Sicht und Erfahrung nur einen Rat für Ihre nächste Urlaubsbuchung geben. Meiden Sie möglichst die ein oder andere Fluggesellschaft.